Hier sind wir jetzt in Marrakesch auf dem Gauklermarkt und hier gibt es alles. Das musst du einfach mal erlebt haben, hier diesen Markt, das ist raumhaft schön. Hier vorne ist wieder die große Moschee, wo wir heute früh schon waren. Hier kann man einfach schön, da gibt es die verrücktesten Sachen hier. Hier kann man schön auch mit einer Kutsche und mit zwei Pferden natürlich fahren. Die Kutsche und die Kutsche und die Kutsche.